Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag. Heute ist der 4.12.2021. Es ist 10.24 Uhr und ich bin seit einer Stunde etwa wach. Heute war wieder alles auf dem Programm. Kinder, die Marathonrennen durch die Wohnung machen und Nachbarn, die sägen und hämmern. Es war alles nach 9 Uhr. Von daher, was will man sagen, ist halt doof, muss man früher ins Bett gehen, wenn man einigermaßen ausschlafen will, was ich ja habe. Also ich habe ja ausgeschlafen, von daher passt das schon. Ja, rasieren könnte ich mich mal wieder. Heute Abend treffe ich mich mit Jermaine. Wir gehen heute ins Kino, relativ spontan, gestern entschieden, und gucken uns hier Eternals an, den neuen Marvel-Film, der richtig schlecht sein soll. Mal gucken, wie es wirklich wird. Ja, Adventskalender ist aufgemacht. Die drei Schokoladenstücken habe ich gestern beim Film verspeist. Dafür kommt heute ein neues dazu, irgendwas mit Nuss aus dem Ikea-Kalender. Vielen Dank an Ikea. Und die Nummer vier aus dem Tee-Kalender von Sarah. There is no snowman like snowman. There is no man like snowman, ja. Und als Weihnachtscheckliste Weihnachtsplätzchen backen. Wie passend, das mache ich heute wirklich. Ich muss aber nochmal los, ich habe kein Mehl mehr. Zehn Kilo Mehl sind verbacken. Ich habe letztens schon mal die Rechnung angestellt. Die führe ich gleich nochmal aus. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir für einen Tee bekommen haben. Mond und Sterne. Räubusch-Kräuter aromatisiert mit Sahne-Geschmack. Räubusch-Herbal-Infusion-Flavor-Toffee-Cream. Den mache ich mir heute. Kleine Kanne ist zwar noch belegt, aber die kriegen wir schon leer gesoffen. Vielen lieben Dank, Sarah. Ja, bisher wie gesagt, zehn Kilo Mehl verbacken. Zu den zehn Kilo Mehl kommen fünf Kilo Butter. Drei Kilo Zucker und 40 Eier. 40 Eier, das sind halt vier Zehnerpackungen. Das ist schon krass. Aber ich habe auch einiges verschickt. Also in Summe habe ich, glaube ich, 20 Pakete. Zehn und sieben habe ich per DHL verschickt. Also 17 und drei habe ich so übergeben. Ja, 20 Pakete Plätzchen. Es liegen noch einige im Wohnzimmer vom letzten veganen Back-Exkurs. Mal gucken, ob der Sühne irgendwann vorbeikommt und sich vielleicht ein paar abholt. Und heute werde ich zumindest schon mal den Teig vorbereiten, damit ich dann morgen mit dem Backen und Anmalen weitermachen kann. Ja, ich brauche acht, neun kleine Dosen für die Arbeitskolleginnen und Kollegen. Das schicke ich gesammelt morgen oder am Dienstag zu meinem Chef. Und der packt dann noch Glühwein dazu und schickt das dann an die Leute raus. Ja, ansonsten, was Tipps zu erzählen. Wir haben gestern Cyberpunk gespielt. Ich war großmäulig und ja, großkotzig. Das Spielen war durch. Nach fünf Stunden habe ich den Stream beendet. Eigentlich wollte ich sechs maximal machen, aber fünf haben auch gereicht. Weil klar war, das schaffen wir heute nicht mehr. Also gestern. Und wir versuchen es heute erneut. Ich werde heute um zwölf Uhr wieder mit dem Stream anfangen und gucke mal, wie lange wir brauchen. Die Endquest ist zwischen ein und zwei Stunden lang. Und also die letzte, wirklich die letzte Quest. Und in meinem Tempo könnte es vielleicht sogar mehr werden. Mal gucken. Deswegen werde ich heute vor dem Stream noch schnell zwei Kugeln in den Teig machen, damit ich die dann morgen verbacken kann. Denn nach dem Stream werde ich heute, wann auch immer das ist, noch ein wenig mit dem Jermaine Red Dead Redemption spielen. Wir haben gestern Abend ein bisschen gezockt. Noch zwei Stunden oder so. Und heute Abend gehen wir, wie gesagt, ins Kino irgendwann um 20.50 Uhr, glaube ich, geht der Film los. Vorher vielleicht noch treffen, was essen. Bisschen quatschen. Ja. Ja, und gestern habe ich einen Film geguckt, The Power of Dogs oder so, auf Netflix, mit Benedict Cumberbatch, heißt der so? Ich glaube ja, der Darsteller von Sherlock auf der BBC oder auch bekannt als Doctor Strange. Ja, war ein sehr schwerer, langer, langsamer Film mit viel Nachdenken und interessanter Musik. Aber im Endeffekt war er nicht wirklich langweilig. Er war halt nur schwere Kost, würde ich sagen. Ja, und war schön, mal wieder mit dem Lingling und dem Buffling und dem Arniling zusammen ein bisschen Zeit zu verbringen. War alles ein bisschen hektisch zwischen Streamende und Filmanfang, weil dann irgendwie 18 Uhr Thema war, aber ich musste ja noch mein Essen machen. Und die Würstchen-Kindernudeln dauern ja ewig, weil du diese Würstchen mit Nudeln spickst. Und allein das hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert, was zu der Verspätung führte, als ich dann sozusagen Gewehr bei Fuß stand. Das tat mir auch ein bisschen leid für die Wartenden. Aber ja, ich habe nebenbei noch mit Germaine gequatscht. Dann stand ich so, wo ist das Handy hier? Dann stand ich so am Herd, habe mit ihm geredet und Würstchen geschnitten und Würstchen gespickt. Und ich glaube, deswegen habe ich heute auch ein bisschen Rücken- oder Nackenschmerzen von dieser ungesunden Haltung, die ich ja bestimmt eine Stunde eingenommen habe. Mann, 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 ey, manchmal fragst du dich echt. Ja, aber trotzdem war ein schöner Tag gestern. Ich hatte gestern frei. Die Zeit verging wie im Flug, auch wenn gestern um neun irgendwie da, wie gesagt, Leute vor der Tür standen. Dann dachte ich mir so, heute war es relativ ruhig. Ich war ja im Endeffekt schon wach, wo das Gelaufe und Gehämmer losging. Und jetzt werde ich mich mal kurz zum Edeka sputen hier um die Ecke. Wie gesagt, noch Mehl kaufen. Ich brauche mindestens zwei Kilo, vielleicht hole ich drei zur Sicherheit. Acht Eier habe ich da, 600 Gramm Zucker habe ich auch da, Butter sind vier Stücken da, also ein Kilo, ja, passt. Und dann mache ich nämlich jetzt schnell den hellen und dunklen Teig, damit ich dann morgen direkt vor und nach dem Stream, wenn es morgen einen Stream gibt, falls wir heute durchkommen, dann vielleicht nicht, dass ich dann morgen in einer Tour alles wegbacken kann und dann auch schon mit Schokolade bestreichen, damit ich Montag fertig bin. Mit zwei von drei, denn für die Familie und für Freunde von der Familie, von der Mama, muss ich auch nochmal backen. Da werde ich dann wahrscheinlich nächstes Wochenende dran sitzen. Was aber auch passt, weil meine Mama meinte, sie will erst die Plätzchen Mitte des Monats gebacken haben. Und das wäre ja dann 11.12 Uhr, ja, das ist super. Und dann verschicke ich die am 13.14. Ja, sehr gut. Gut, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Samstag, kommt gut durch den Tag. Herr Buff, fühl dich gedrückt. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt, in anderthalb Stunden. Und ansonsten morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem Kanal. Also, bis dann. Und wer sich fragt, wer das ist, das ist, glaube ich, hier Reinhardt aus Overwatch. Na gut, also, Reinhardt, bis dann. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis bald. Und das ist, glaube ich, hier ist es, 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 Vielen Dank.